So. Wow. Ja, flüstert mir halt direkt ins Ohr. Sind wir soweit? Sind wir soweit? Sind wir soweit? Weiß ja nicht, wie ich einen grünen Suizen mache, leider. Weiß ich wirklich nicht. Hm. Na gut, aber ansonsten... Ansonsten... Ja. Ein Schiff, eine Mannschaft, ein Kapitän. Ich habe Anga, eins. Diego, zwei. Vatras ist drei. Bennet ist vier. Lee ist Nummer fünf. Äh... Fünf, ja. Gorn ist sechs. Milton ist sieben. Lester ist acht. What? Lester ist acht. Und unser Kapitän. Hm. Habe ich Vatras aufgezählt? Warte mal. Ich muss noch mal reingucken. Ähm. Vatras? Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht. Acht. Ich glaube, wir haben noch Platz für einen mehr. Und, äh, ich wusste nicht mehr, ob man noch jemanden anheuern kann. Ich habe nochmal nachgeguckt. Sicherheitshalber. Ähm. Und es ist gut, dass wir den nicht sterben lassen haben, denn wir holen uns jetzt noch Biff. Äh, den Typen aus Drücker, die Zukunft. Den Bösewicht. Nein, äh, den, den Drachenjäger, mit dem wir den roten Drachen gemacht haben zusammen. Ja, der kommt jetzt mit nach Idoras. Äh, dazu muss ich. Nein. Nein. Ja. Dahin. Und dann sind wir soweit. Also, ich meine, es passen neun Leute aufs Schiff. Ich weiß nicht, ob der Kapitän da mit zählt. Also, ich habe nochmal nachgeguckt. Ich meine nicht, es ist so, ne? Ähm. Ja. Ansonsten hätten wir halt Wolf mitnehmen können. Aber Wolf ist ja leider nicht da. Ach, von hier aus wieder. Ja, jumpen wir hier mal durch. Nicht wahr? Vielleicht sind wir sogar neue Aux nachgespawnt. Das wäre lustig. Können wir die eben nochmal umnieten? Ne. Okay. Ich dachte, ich bin durch im Minenteil, weißt du? Naja. Dann holen wir uns jetzt Biff. Ist das der kürzere Weg? Ne, ich glaube nicht. Upp. Keine Aux hier. Hier hat alles angefangen. An dieser komischen Rampe da im See sind wir aufgewacht. Nachdem wir von Bullet vollends auf die Nase bekommen haben, hatten wir unseren Erlöser und untersichtiger Kamera gefilmt, stand hier Diego und wir haben das erste Mal mit jemandem gesprochen. Ach ja. Gothic 1. So fing alles an. So, ich hoffe, Biff ist hier. Sonst wäre das jetzt ein Problem. Weil ich nicht wüsste, wo ich ihn finde. Ist der ein... Biff ist... Ne. Ja, Biff ist einer von drei Drachenjägern, die dabei waren, als ein Drache getötet wurde. Oder die ihn getötet haben, wie auch immer. Kann man ja mal mit so dazuzählen. Also, ne, hohe Ehren und so. Da ist er. Ja. Zum Glück hat er überlebt. Mit seiner schäbigen Axt. Dank meiner Heiltränke. Hier. Cool. Oh. Sorry. Ha. Ich, äh, wir sind voll. Also zieht der Kapitän mit. Schade. Dann lade ich nochmal. Müssen wir nochmal pennen. Gut zu wissen. Aber man könnte Biff noch mitnehmen. Und, weiß ich nicht, irgendwen weglassen. Laris oder so. Keine Ahnung. Irgendjemand, der redundant ist halt, ne? Dann schlafen wir nochmal unseren... Unser Mana voll. Und dann gehen wir Richtung Schiff. Ah. Noch was anderes. Ähm. Noch was anderes. Wir haben doch jetzt... Die Rune... Ne, also... Wir haben doch das mit dem Ork-Dings da gemacht, ne? Ich habe was anderes gehört. Und... Uns fehlen ja noch Paladin-Runen. Ich glaube da nicht drauf. Wir gucken mal. Ich glaube, dass wir noch eine Rune kriegen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir den Typ hier mitnehmen. Also, ich gucke nochmal. Weil wir die Quest abgegeben haben mit dem Ork-Häuptling da, mit dem Ork-Anführer, müssten wir eigentlich unsere letzte Rune kriegen von ihm. Hm. Ja, das... Oder? Du kommst ja nicht mit. Bin ich für den Weg da. Heilung? Ich will... Du bist noch nicht Würde. Ich will... Du bist noch nicht... Hm. Hm. Oder nehmen wir ihn doch irgendwie mit? Ich verstehe es nicht. Es gab doch noch ein Heilungsding, oder nicht? Hm. Na gut. Dann halt nicht. Dann... Nee. Gehen wir nochmal zum Hafen. Und machen das jetzt mit dem Schiff. Da dachte ich, ich muss noch irgendwas machen, oder nicht? Na gut. Ach ja? Tut er das? Na. Das hätte Innos auch selbst wissen können. Wie viele Paladine hier sind. Als wenn doch ein Schiff angekommen ist. Waren die alle auf dem Kahn, oder was? Nicht zu gehen. Voll diese Versammlung. Ist das Gorn? Ja. In seiner Söldnerrüstung hat er mir irgendwie besser gefallen. Vor allem, weil wir auch zu viele Pfeifen kennengelernt haben. Also. Eins. Zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben. Acht, neun. Zehn habe ich sogar. What? Wer ist denn... What? Das sind vier. Mit ihm sind es fünf. Da sind auch nochmal fünf. Okay, dann habe ich mich verzählt. Also Kapitän und neun Leute. Gut. Ja, ne? Haben wir... Wo willst du hin? Ich wollte... Tut mir leid, du kannst hier nicht vorbei. Hm. Misstraust du mir, Ritter? Ritter. Nein, ich befolge nur meine Befehle. Dann solltest du wissen, wer hier den höheren Rang hat. Ja, Sir. Geht das? Jemand befehle ich dir, mir Zugang zum Schiff zu gewähren. Verstanden, Sir. Zugang wird gewählt. What? What? Als Paladin ist das so einfach? Kommt ihr? Jungs? Hm. Ist doch gar eine Schmiede drauf. Ah! Okay. Als Drachengäger muss man doch übelst noch was machen dafür, oder? Muss man doch irgendwie überzeugen und so Krams. Ja, aufs Schiff hier. Komm. Nee. Muss ich irgendwas am Schiff machen, damit die automatisch rauf gehen? Muss ich hier... Was macht ihr hier? Hier meine Zeit verplempern. Ich wäre viel lieber bei unseren Brüdern im Minental. Okay. Muss ich ans Steuer oder so? Hm. Ich weiß nicht. Da liegt ein Trank. Adlerauge. Mana. Naja. Wir können es erstmal umsehen, auf jeden Fall. Dieses Schiff kann man über den Mast und die Tagelage irgendwie auch schon früher rauf. Und sich... Also, ab Kapitel 1 eigentlich. So mit Klettern und so. Ähm. Wenn man mutig ist. Und man kann sich da, glaube ich, irgendwie Tränke holen. Aber das irgendwie... Habe ich nicht gemacht. Aber ich weiß, dass das geht. Das ist... Spruchrolle für Vergessen oder so. Nee, was? Ja. Wolf. Blitz. Und man kann sich hier relativ früh halt irgendwie welche Tränke holen. Das weiß ich noch. Dadurch, dass man hier so rauf steigt. Also permanente Tränke. Jetzt müsste ich die Nummer finden, ne? Das da könnte Stärke gewesen sein. Mhm. Das sieht aus wie Mana. Hm, fett. Ein Ring. Lederbeutel. Noch mehr Tränke. Ich will gleich mal schauen, was wir alles gekriegt haben. Ja, ähm. Das Schiff will nicht ablegen, oder was? Vielleicht... Ach, wir müssen einfach mit dem Kapitän reden, ne? Ja. Also mit, äh... Check. Das wird schon... Das wird schon... Das wird schon... Hm. Einmal Stärke. Ja. Ja, das war's schon. Ich dachte, er ist auch geschickt, aber... Schade. Hm. Also hier mit Jack reden wahrscheinlich. So, alter Mann. Lass uns... Ah. Ah. Alles im Lot auf dem Boot? Das war ich mal her, deine Seekarte. Das wird ja was geben. Hoffentlich kommen wir in einem Stück da an. Hast du denn auch wirklich alles dabei? Wir werden nicht zurücksegeln, nur weil dir noch was fehlt. Wenn du dir sicher bist, dass du alles hast, dann geh in die Kapitänskajüte und leg dich erst mal schlafen. Du wirst das brauchen. Gut. Kajütenschlüssel. Also müssen wir hier irgendwo noch was ausschließen. Oh, speichern nochmal hier nochmal. Warte mal. Ne, keine Dialoge. Warte mal. Wo ist denn die Kajüte? Ist da oben noch ein Eingang? Ja. Ja, 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 ja. Hier. Hm. Schick, schick. Naja, bisschen schmale Decke, ne, aber sonst... Meh. Ja, äh, die Gesetze des Spiels. Ich, äh, was? Da brechen wir auf. Das ist übrigens die Originalauflösung von dem Video. Die kriege ich jetzt in der Version leider nicht höher gezogen, leider. Hm. Ich höre über den Kopf zu sehen. Kapitel 6, die Hallen von Irdorath. Okay, aber bevor wir losziehen, können wir erstmal mit unserem ganzen kleinen Dorf hier reden, das wir hier uns mitgenommen haben. So, dann können wir hier mal Kapitel 6 draufschreiben. Kapitel 6. Oh, hier speichert er wieder schnell. Zyp. Mal kleinere Welt. Ich bin mir da nicht so sicher. Tag. Oh, wir können die noch mal beklauen, alle. Schön. Ich brauche Munition, was? Ich brauche Munition. Vielleicht kann ich dir aushelfen. Cool. Also, ja, Diego wäre Munition. Alles gut. Ich habe 4000 gekauft. Da sind wir. Diese Insel ist doch nicht so weit von Corinne entfernt, wie ich angenommen hatte. Mir ist sie nicht bekannt gewesen. Aber jetzt wird mir natürlich einiges klar. Ich hatte mich schon immer gefragt, wie die Orks so schnell ihren Nachschub organisieren konnten. Kommen die Orks von hier? Das ist ja auch kein Kunststück. Wenn du ins Innere der Insel vordringst, wirst du wahrscheinlich auf die eine oder andere Falle stoßen. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, dann komm zu mir. Vielleicht kann dir meine Erfahrung weiterhelfen. Aha, cool. Äh, trainiere mich. Trainiere mich. Was brauchst du? Bogen und Geschick kann er. Aber Geschick, also, geht nur bis 200, meine ich. Aha. Gut. Was kannst du? Bring mir deine Fähigkeiten bei. Kein Problem. Das gleiche wie immer, ne? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Wie sieht's aus? Na, recht gespenstisch, die Grotte hier. Okay. Er hat zum Glück nicht so viel Dialog. Na, Benni? Äh, geht's. Kommst du zurecht? Die Schmiede auf dem Schiff ist schon ein bisschen eingerostet. Kommt vom Meersalz. Wird etwas schwieriger sein, hier etwas Gescheites hinzufügen. Aber sonst... Welche Waffen kannst du mir verkaufen? Nur die besten. Das weißt du doch. Ups. Ach, ich brauch das doch gar nicht kaufen. Wie viele Pfeile hab ich jetzt? Ja, 4200. Schön. Oh Mann. Achso, welche Waffen? Ich hab gar nicht reingeguckt. Ich hab nur die Pfeile gesinnt und direkt darauf zugesteuert. Mhm. Oh, die Berserkerachse ist die stärkste, hm? Ist mehr als hier, was? 190. Ich meine, der heilige Vollstrecker kann noch stärker werden. Hm. Hä, finden wir noch mehr Tränen von Innos vielleicht? War das so? Kann sein sogar. Okay. Okay, irgendwo hat das hier Gorn rumgegeistert. Gegeistert. Gorn? Na du? Da war er. Du weißt, was du tust, mein Jung. Es wird nicht mehr lange dauern. Behalt den Kopf auf den Schultern und komm wieder in einem Stück zurück. Okay. Hey, Gorn. Das ist unruhig, ne? Hm. Ey, wie oft haben wir die jetzt schon bestohlen? In diesem Spiel? Oh Mann. Alles im Lot? Bis jetzt noch. Denkt daran, ich will was zu tun kriegen. Ähm. Ich brauche Training. Schaden kann's nicht. Zweihand, okay. Gut. Wir können bis jetzt keinen mitnehmen, ne? Also, naja. Gewagt. Wie geht's dir? Die Kopfschmerzen sind unabteidlich geworden, seit wir hier auf der Insel sind. Hm. Verdammt nochmal. Das muss endlich aufhören. Lieb? Hey, du. Welche Aufgabe willst du übernehmen? Jemand muss auf das Schiff achten. Ich werde hierbleiben und dafür sorgen, dass es bei deiner Rückkehr auch noch da ist. Gut. Wie geht's meinem Schiff? Mach dir keine Sorgen. Ich hab hier alles im Griff. Oh Mann. Ist so cool, dass wir so viele Leute kennengelernt haben, auf die man sich verlassen kann. Ich brauche Training. Was genau willst du trainieren? Ich will nur wissen, was du kannst. Aha. Einhand und Zweihand. Ähm. Du trainierst gar nichts, oder? Aha. Hat der in Templar nicht damals auch irgendwie Kampf beigebracht? So, wo ist denn hier Vatras, sag mal? Ist der da drüben, oder? Den hab ich noch gar nicht gesehen. Der muss irgendwo drinnen sein. Hm. Na, ihr? Bei den Magier? Gewagt. Hm. Hm. Ja, hm. 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 Das ehrt mich sehr, dass du gerade mich um Rat fragst. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit nur eine Sache. Hast du das Auge Enos mitgebracht? Ja. Natürlich. Tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle. Hm. Bin ein bisschen nervös. Geht das denn, dass wir das außerdem verkaufen? Würde er uns das dann jetzt geben in dem Moment? Hm. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Naja. Hast du ein paar Tränke übrig? Solange der Vorrat reicht. Ah. Ein bisschen was, ja. Goblinbären? Irgendwo? Was da? Ja, das kaufen wir auch. Keine Goblinbären. Verdammt. Aber einen Runenstein nochmal. Ja gut. Äh. Was kann ich hier machen? Ich werde mein... Joa. Gib mal her. Hast du mir etwas zu sagen? Im Moment nichts. Vielleicht später. Ja, gut. So, jetzt Saturas. Ich nehme an, erst da hinten in dem Raum, wo der Runetisch war, ne? Hier? Ne, es war oben. Es war oben. Hier links. Ja, gut. Vatras. Was habe ich? Habe ich Saturas gesagt? Ähm. Welchen Rat kannst du mir geben? Halte dich von den Suchenden fern. Die gibt es hier auch. Denke daran. Dass die ihr schwarzer Blick hier, fernab vom Kloster, sehr stark schaden kann. Sollte dir trotzdem etwas geschehen, kommt zu mir. Ich werde sehen, was ich tun kann. Na, ein heiliges Wasser haben wir ja noch. Ähm. Kannst du mir etwas verkaufen? Was brauchst du denn? Eiswelle? Verwandlungs-Capital. Ja, also auch Mana-Tränke und so. Immer her damit. Lehre mich deiner Fähigkeiten. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Alchemie? Aha. Hm. Das können wir also auch lernen. Nee, nee, nee. Ist gut. Erstmal speichern. Äh, Laborwasserflaschen verkauft hier keiner, ne? Also gut, dass ich noch welche gekauft habe. Ja. Oh, ich habe keine Goblin-Beeren. Hm. Soll ich den Stärke-Tränke nochmal brauen? Ich weiß nicht. Wir haben jetzt 20 Punkte, haben bald ein Level-Up in 10.000 Punkten. Äh, brrr. Könnte noch Stärke skillen. Mana. Ein-Hand, Zweihand werde ich nicht skillen. Armbrust werde ich nicht skillen. Bogen kann ich nicht skillen. Ja, also bleibt nur Stärke oder Mana. Da über. Tja, weiß nicht. Ich glaube, Mana würde ich eher noch benutzen als Stärke. Also, warum soll ich denn im Nahkampf angreifen? Hier muss ich niemanden verschonen. Ich bin nicht mehr im Söldner-Lager, wo ich Nahkampf machen muss. Ich kann halt alles mit Bogen umbringen. Hier gibt mir mal Mana. Nee, kann ich gar nicht, ne? 25. Ja, nee, dann nicht. Na gut, dann. Wir können die Punkte auch übrig lassen. Mal gucken. So, dann speichern wir hier nochmal ab. Ähm, Sumpfsteinraven. If. If kann weg. Machen wir jetzt Idoras. Idoras. So. So. Idora? Wird's doch, ne? Heißt doch so, oder? Karte, ja. Orks. Räckige Orxe. Ockelite. Hm. Keine Kriegsführer mehr. Können wir also die Ringe nachher nicht mehr abgeben. Lass dich nochmal treffen. Danke. Wir können endlich Waage mit einem Schuss erledigen. Hat lang gedauert. Feuerwarane. Schön. Ich find's gut, dass das ne düstere Höhle ist. Wo aber trotzdem, also, also, Lichtmap ist hier voll hochgedreht. Voll gut. Also, gefällt mir. Man kann was sehen. Das ist mir wichtig. Machen wir erstmal die Typen hier. Nicht, dass sie das Schisch angreifen. Mit ihrem Drecksfeuer. Hm. Hab ich das Auge in uns an? Nee, ne? Gerade müsste ich Geschick anhaben. Hm. Da oben ist ne Fackel. Geht's da hoch? Hi. Ah, von hinten. Da fällt da besonders theatralisch. Sehr schön. Ah, das ist so gut, dass das eine helle Höhle ist. Ich hoffe, das bleibt so. Hm. Oh. Ähm, hm. Ich bin ein bisschen dicht jetzt. Ah ja, wir haben ja jetzt so ne krasse Rüstung, ne? Das heißt, die normalen Orks machen wirklich kaum noch Schaden. Als wenn die auf, als wenn ich auf nen Troll haue. So ist das, wenn die auf mich meine Rüstung hauen. Irgendwann werde ich sie schon, also haben sie mich dann auch down, aber das dauert halt. Der Waag bewegt sich nicht. Ah, das ist der Mager genauso getriffelt wie ich. Schön. Aber ich meine, das ist das Ende der Reise ist, dass man jetzt so stark ist, dass man hier alles schon recht easy weg macht. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man Melee spielt oder weiß ich nicht mehr. Ich habe das irgendwann auch mal mit Melee gemacht. Ich glaube, mein erstes Playthrough, was ich jemals gemacht habe, Gothic 2 müsste auch Paladin gewesen sein mit Zweihand. So ganz normal, Gothic 2, ne? Ohne Add-on. Und irgendwann wahrscheinlich, also nicht lang danach, hätte ich das nochmal als Magier gemacht. Und als Drachenjäger? Ja, auch irgendwie. Also, ne? Im Jahr, wo ich Gothic 2 das erste Mal gespielt habe, habe ich, glaube ich, das bestimmt dreimal durchgespielt allein, um alle Seiten der Medaille sozusagen kennenzulernen. Macht auch Laune, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde Nacht des Raben als viertes Ding sehen, weil, ja, weiß nicht. Also, mir macht Nacht des Raben nicht ganz so viel Spaß, wie das. Also, das Original ist für mich angenehmer. Weil man nicht so viel grinden muss. Bei Nacht des Raben habe ich immer das Gefühl, ich muss so viel machen. Beim normalen Spiel ist halt viel extra so. Beim normalen Spiel musst du lange nicht alle, äh, oh. Beim normalen Spiel musst du lange nicht alle, komm schon, alle, alle Monster in den Wäldern töten und sowas. Gut, dann gehe ich mal kurz weg und heile mich. Und nochmal. Also, das normale Spiel ist einfacher auch ein bisschen, ne? Hat weniger Story. Also, weniger. Das Ganze in die Jacke da ist halt nicht da. Das ist halt, gehört alles zur Nacht des Raben. Aber es ist geiler Bonus-Content für, also, wenn du das Spiel schon kennst, ne? Dafür ist es geil. Beim ersten Mal würde ich es, glaube ich, nicht empfehlen. Dann lieber das normale Spiel. Ah, jetzt wird es dunkel. Da geht mein Lob dahin. Das ist ein Höhlen-Troll. Das ist kein Troll, kein schwarzer Troll, ein Höhlen-Troll. Ist der stärker oder schwächer? What? Erstmal das ganze andere Zeug hier wegmachen, ne? Ich wünsche, ich könnte die Orkel-Liter mit zwei Schrauss wegmachen. Also, fehlt mir auch noch ein bisschen. Ich hoffe, ich kann jetzt eins gegen eins gegen dich. Hm. Das klappt so nicht. Oh. Äh, ja, das könnte klappen. Nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen. Dankeschön. Dichter und rumlaufen. Wieso geht das nicht? Bleibst du da stehen? Dann kann ich mich kurz heilen. Danke. Pass auf, mein kleiner Troll. Können wir die ganzen... Warum macht der nichts? Können wir die ganzen Teleports hier rausnehmen. Und uns bestücken mit sowas hier. Auf die 10. Lasterpacken auf die 7. Davon haben wir fleißig gesammelt. Das können wir jetzt mal einsetzen. Er ist nicht gefroren. Verdammt. Äh, äh, mh. Äh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Um ihn herum. Warum klappt das jetzt nicht? Jawohl. Und ich bin damit seinen Rücken. Endlich. Ja, der Rat ist super. Haben wir auch viele der stärksten Gegner, die uns jemals begegnen sind im Spiel. Kommen da jetzt wie zum Beispiel Trolle und die dicken Elite-Orks. Und hier die Echsenkrieger werden wir auch noch finden. Und ich weiß nicht, ob Dämonen hier auch rumlogern, aber die Suchenden auch und so. Da kommen wir schon noch gleich hin. Wenn uns der Höhlentreu endlich mal vorbeilässt. Äh, was? Bitte? Ja. Okay. Äh. Äh, Mana. Ja, gegen Ende spielt's natürlich wieder viel zu viele Mana-Tränke. Oder generell Tränke. Weil ich halt sparsam war, ne? Obwohl ich's nicht hätte sein müssen. Man weiß ja nie. Braucht man dann für mal schlechte Zeiten, ne? Ähm. Ich hab jetzt auch sauviele Heiltränke geballert. Also gemacht am Alchemie-Ding. Äh, ich weiß nicht, ob ich die mal einsetze. Vielleicht, um unsere Mannschaft zu heilen. Wenn das sein muss, aber ansonsten. Weiß ich nicht. Ja, wir haben ja eben schon die Option gesehen, die zu heilen. Vielleicht wird das noch nötig. Ja, gib mir dein Loot. Danke. Links oder rechts? Orkse. Oh, viele Elite. Autsch. Einen Schlüssel hab ich bekommen. Ah, vielleicht hätte ich den mal lesen sollen, ne? Was? Was? Dieser orkische Oberst ist eine verdammt harte Nuss. Irgendwo in seinem Thronsaal muss es doch weitergehen. Okay. Nein. So. War er das? Hm. Ja, ne? Ja, ne? Noch einer? Also geht's hier weiter, ja? Wenn ich... Watt? Noch mehr? Ist hier irgendwo ein Schlüsselloch oder so? Watt? Nee, 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 war richtig. War unten. Was? Hab hier keine andere Facke gesehen. Nach unten, ja. 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 Muss ich erst was anderes machen? Ich hab keine Ahnung. Geh mal hier gucken. Zwei Türen. Drei Türen. Ich könnte mich ja mal heilen, ne? Fällt mir grad ein mit... Pilzen. Dann hab ich nochmal fünf Mana. Ah, friss. Los. Wie arm ich jetzt geworden bin, ne? Bei 7300, weil ich einfach so verschwenderisch bin. Friss, 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 friss. Ich müsste doch noch genug zusammenkriegen, oder? Jetzt gleich. Da. Dankeschön. Was? Was? Petro? Weg mit der Waffe. Du bist ja gar nicht so... Wer ist denn Petro? Du bist... Ach, Petro, der vor dem Kloster stand. Verräter, endlich hab ich dich gefunden. Glaub ja nicht, nur weil ich dem Chor der Paladiner angehöre, lass ich bei dir Gnade walten. Ich sollte dich gleich hier töten. Halte ein, ich bitte dich. Sie haben mich verhext. Ich hätte doch niemals aus freiem Willen das Kloster Innos verraten. Du weißt ja gar nicht, was ich die letzten Tage durchgestanden habe. Sie haben mir diese Stimme in den Kopf gepflanzt. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Der orkische Oberst hat mich tagelang verhört. Er hat mich ständig geschlagen. Verschone mich. Mich trifft keine Schuld. Du musst mir glauben. Hm. Nenn mir nur einen Grund, warum ich dir glauben sollte. Lass mich leben. Ich kann dir auch Informationen geben. Ja, bitte. Wir dir helfen werden, hier wieder herauszukommen. Du musst mich anhören. Zum Beispiel, wie wir weiterkommen, ja. Erzähl mir, was du weißt. Ja, natürlich. Ich sag dir alles, was du willst. Unter einer Bedingung. Du musst mich von dieser Verfluchtnis herunterschaffen. Hörst du? Ich weiß nicht. Äh. Ich glaube, die Leute auf dem Schiff sind stark genug, um Pedro zu schaffen. Also. Ja. In Ordnung. Folge mir. Ich bringe dich zum Schiff. Ich danke dir. Du wirst es nicht bereuen. Hm. Bin ich mir nicht so sicher. Achso. Ja, noch mehr. Was sind das hier Gefängnisse, ja? Achso. Tränke. Da auch richtig gut dabei sind. Also, geschick. Alles andere ist ja nutzlos. Dämon. Zweimal, glaube ich. Das dürfte ein Mana-Tränke sein. Links. Rechts. Rechts. Links. Links. Rechts. Wow, perfekt. Das sieht auf jeden Fall nach einem guten Vorrat aus. Da könnte der ein oder andere permanente Trank dabei sein. Was soll ich jetzt schon zu Diego zurückgehen und irgendwie ihn fragen nach Mechanismen oder sowas? Äh, weiß nicht mehr. Gucken wir mal. Hm. Ne, Pedro? Gucken wir mal ganz kurz, was wir hier bekommen haben. Permanentes Leben. Mana. Ich dachte jetzt, der liegt da noch, weil der irgendwie ein wichtiges Item mit dabei hat. Na gut. Hm, lecker. Wie viel Leben haben wir jetzt eigentlich? 800 irgendwas? 911. Okay. 911. Hm. Hinter uns. Wo kommt ihr her? Komm her, Mistvieh. Das war's mit dir, Mistvieh. Noch mehr. Er ist aber ganz schön dicht beim Schiff. Hätte die schon längst mal töten können, ehrlich gesagt. Das war's mit dir, Mistvieh. Ja, Pedro. Ist gut. Ich wünschte, die würden hier so ein, so ein, weiß nicht, und irgendwas, ach so, da ist was auf dem Schiff schon. Ich krieg die Erfahrung, die die machen. Das ist nett. Ähm. Du musst dich verdammt nochmal beeilen. Der nächste Angriff der Orks wird uns das Leben kosten. Ich tue, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann hilf mir und hör auf zu meckern. Das werde ich auch. Geh vor, mach's schon. Das Geräusche im Hintergrund, dass hier von irgend so einer fallenden Ork-Waffe ist. Das ist ja super nervig gerade. Ähm. Wo ist die hin? Die ist ja durchgefallen irgendwo, ne? Ah, fuck. Pedro, komm mal her. Geh mal hier her. Ja, natürlich. Da sind wir. Ein stattliches Schiff hast du da. Du bist wahrlich ein großer Feldherr. Hör auf zu schwafeln. Erzähl mir, was ich hören will. Ja, natürlich. Womit soll ich beginnen? Ähm. Äh, wir hier. Wie war das mit dem orkischen Oberst? Er hat mir den letzten Funken Hoffnung genommen, jemals meine Heimat wiederzusehen. Seit ich hierher gekommen bin, fragt er mich aus über die strategischen Stellungen der Paladine in Korinis. Und? Natürlich konnte ich ihm nicht viel dazu sagen. Wie auch, verdammt. Ich bin ein Novize des Volus. Genau das habe ich auch gesagt. Äh. Das Geräusche im Hintergrund macht dich nach. Äh. Tod? Gepriesen sei Inners. Ich werde seine hässliche Fratze niemals mehr vergessen. Piro ist Respekt. Welche Unholde treiben sich noch auf dieser Insel herum? Tagsüber sieht man oft Echsenmenschen zur Küste laufen. Aha. Sie tragen meistens sehr große Eier mit sich ab. Eier. Ich bekam nicht sehr viel mit in meiner Zelle, aber ich glaube, sie machen sich bereit, die Insel zu verlassen. Aha. Wie komme ich ins Innere der Insel? Es gibt einen geheimen Gang im Thron. Ja, erzähl. Komm. Ich bin jedes Mal dorthin geschleppt worden, wenn er mich verhören wollte. Da habe ich es gesehen. Einer der Schamanen hat einen Mechanismus in Gang gesetzt, indem er an den Fackeln, die in dem Saal an den Wänden hängen, gezogen hat. Hm. Ich glaube, er hat erst die linke und dann die rechte Fackel. Links, dann rechts. Okay. Aber genau weiß ich das nicht mehr. Im hinteren Bereich öffnete sich plötzlich ein Geheimnis. Danke. Ja, ja, ja. Ich habe genug gehört. Such dir einen Platz auf meinem Schiff. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Oh, ich will von diesem Sound weg. Ich werde für dich... Ja, ja, ja. Komm, Anger. Wir haben zu tun. Ich wünsche, ich könnte Gorn mitnehmen. Ich will Gorn mitnehmen. Ganz ehrlich. Die anderen können schon aufs Schiff aufpassen. Gorn. Ah. Mann. Ich hoffe, das hört gleich auf. Dankeschön. Oh, meine Güte. Erstmal speichern. Da ist irgend so eine Waffe am Zappeln. Irgendwo am Runterfallen. Das macht das Geräusch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also erst links, dann rechts. Dann muss ich beide erstmal wieder auf halb acht Stellung machen. Und dann erst links, dann rechts. Habe ich nur die Reihenfolge falsch rum gemacht? Schneller, alter Mann. Ich weiß, Kor Anger hat hier Halsschmerzen. Ich habe gesagt, Kopfschmerzen. Aber, weiß nicht, der ist sehr unfreundlich gerade. Hm. Da wir auch nicht so viel mit dem Sumpflager zu tun hatten, also weil wir da nicht eingeschrieben sind, ist das vielleicht noch der, mit dem wir hier das schlechteste Verhältnis haben. Hm. Also erst mal wieder hoch. Und jetzt links. Und dann rechts. Was passiert da gerade? Okay. Echsen. Joa. What? Was war das irgendwie ein Geräusch? Also. Habt ihr das gehört? Ja, ne? Das wurde mit aufgenommen, denke ich. Jetzt hat er mir... Überlagern sich irgendwelche Soundgeräusche andauernd. Iiii. Ja, gut. Das geht jetzt wieder aufs Schiff, ja, ne? Okay. Ich kann jemanden gebrauchen, der vor mir... Also, den ich ja dort anschieße. Das funzt irgendwie nicht. Oh, die Geräusche, ey. Alter. Schlimm. So. Speichern die mal und dann gucken wir, was da vorne ist. Echsenmenschen, natürlich.